Sie haben einen Auftrag und ich erwarte von Ihnen, dass Sie ihn objektiv und professionell ausführen. Sie haben viel Sinn für Überraschungen, Contessa. Sie doch auch, Mr. Bond. Kommen Sie immer bewaffnet zu einem Rendezvous? Gelegentlich. Ich bin etwas unfallanfällig. Erzog, ich habe die Aufgabe, Julius Lembani aus der Gewalt von Endorfer zu befreien. Versage ich, töten Sie. Wenn es gelingt, wird er vielleicht wieder Staatspräsident. Sie können doch unmöglich einen Atomkrieg riskieren wollen. Was passiert, wenn die Amerikaner zurückschlagen? Und zurückschlagen und gegen Lundin. Mein Gott, Sie haben recht.